Könnte das der zweite Band von Toy in Ice sein? Könnte es? Ja. Es könnte. Es könnte. Toy in Ice. Doch Heinrich ließ den Koppel. Oh, das ist ein spannendes Comic, Band 2. Copyright vermerkt, 2014, Kaya Motherfucker Heinrich, Herstellung und Verlag, Bord, Bord, Wax on the Monde, Norderstedt. Die Deutsche Nationalbibliothek verzichtet darauf, dieses Werk in sich reinzutun. Auf die Deutsche Nationalbibliothek hat ihren Sturz! Toy in Ice. Toy in Ice. Ja, mein, kein Heimlich. Toy in Ice. Wieso geht es eigentlich bei Kapitel 1 wieder los? Nein. Das ist eben Memento. Was ist die? Das ist wie ich doch nicht, ich rüsse das Mund. Na, 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 baby, I got you. Toy in Ice. Toy in Ice. Toy in Ice. Kapitel 1! Kapitel 1! Was? Können wir uns bitte jetzt auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich das, was Ken sagt, als er einen Golfball auf sich zufliegen sieht? Ich habe kein gutes Gefühl! Was für ein Golfball? Das ist das Theme des Roboters! Kannst du mir die Cola mal geben? Du musst aufhören! Ich habe Angst! Hier ist auch noch welche, egal! Du musst besser runter! Du musst besser runter, wenn du es vor die Kamera hältst! Es bekommt Stächeln! Das ist bedrohlich! Wir sollten gehen! Was macht Ken? Bin ich das nicht? Was macht Ken? Nein! Eine Blume verschenken! Eine Blume verschenken! Ein Zeichen des Frieden! Es hat wirklich funktioniert! Bravo, Kim! Bravo! Er geht weg! Er geht weg! Oh, ein Glück! Mir ist warm! Oh, mir ist ein Blumerrand! Ohohoho! Dieser fremde Plagnet bringt meine Menstruationszüge völlig aus den Fugen! Da habe ich was für dich! Eine seltsame Stange! Ohohoho! Welch seltsamer... Welch seltsamer Kristall! Doch Ken! Warum liegt hier Eis im Strom? Strom? Jetzt bin ich traurig! Dieser Planet gefällt mir! Mir auch! Es ist Abend! Machen wir ein Lagerfeuer! Ohohoho! Es ist sehr gemütlich hier! Ohohoho! Brenn! Brenn! Es brennt so hell, dass auch der Himmel wieder erleuchtet wird! Aber wir wissen, dass Nacht ist aufgrund... Eine wirklich schöne Nacht! Sagte Ken! Und fuhr in den Himmel hinauf! Fröhlich! Auf diesem Planeten kann ich die Zukunft gar nicht sehen! Ich auch nicht! Ich auch nicht! Aber das mag nichts! Ich fühle mich sehr wohl hier! Chaiko! Ist alles okay? Ja, ich mag dich sehr gern! Du bist mein allerbeste Freund! Seit dem Vietnamkrieg habe ich nie wieder einen Menschen so geliebt wie ich Ken! Oder bist du Chaiko? Wir sitzen am Lagerfeuer und denken an den Krieg! Diesen schrecklichen Krieg! Ich wünschte, ich wäre dort gestorben! Denn ein Teil ist es! Ein anderer Teil hat Toyinice gezeichnet! Du bedeutest mir mehr... Moment, war ich das nicht? Ach so! Das bin ich auch! Du bedeutest mir mehr als alles andere! Wirklich? Nein! Aber du bist meine Familie! Lass uns tanzen! Ja, hol Motherfucker! Schüttel deinen Arsch, Baby! Ja! Schüttel dein Haar für wen! Schüttel dein Haar für wen! Schüttel dein Haar! 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 Zeig mal deine Haare! Sie sind nur als meine! Damit kommst du besser in die Ecke zu putzen! Die Verbindung ist ideal! Musikalische Untermalung! Weil mal wieder nichts passiert! Ja, das machen wir aus! Und am nächsten Tag beginnst du mit der Arbeit! Und es kommen Zämmen! Überleitung! Überleitung! Au und Taisu! Ah, Fußballer, oder? Ja, das sind die aus Kentucky. Ja, das sind die aus Kentucky. Hallo! Wer bist du? Und wer sind die anderen? Was wollt ihr hier? Ich bin Taisu! Wir sind alle Sportler! Wir sind hier, um einen Wettlauf zu veranstalten! Und wer seid ihr? Ich bin Ken! Ja, Eiko! Ich bin Tojin! Was? Es sind drei? Ne? Okay, das bist du! Dürfen wir bei dem Wettlauf mitmachen? Nein, ihr seid grässliche Außerirdische! Wir wollen keine Außerirdische in unserem schönen Land! Erstmal dauert es ungefähr eine halbe Stunde! Hallo, unsere Chat! Hallo, unsere Chat! Hallo, unsere Chat! Hallo, unsere Chat! Erstmal dauert es eine halbe Stunde, wie sie sich gegenseitig angucken! Das ist eine halbe Stunde! Ja, das ist ein halbes Stunde! Das ist eine halbe Stunde! Es war Liebe und das erste Tojinai! Ortwechsel! Du musst das noch vornehmen. When he looked into my Toyin eyes, I realized it was love. Klar, morgen geht es los. Ihr scheiß Frosch-Preserve. Toyin eyes. Kapitel 2. Das Rennen. Das Rennen. Das Rennen. Gleich beginnt es. Der Wettlauf. Ich bin gespannt. Ich, ob ich gewinne. Es geht los. Ich werde gewinnen. Und der Roboter ist zurück. Wollen ist irrelevant. Ich nehme an dem Wettlauf teil. Und jetzt wird nämlich alles aufgeklärt. Sehr gut. Das war's. Das ist alles aufgeklärt. Äh, es passiert Zeug. Ken. Haufenweise Speedlust. Was, 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 was? Toyin. Du bist so sportlich. Da-dam. Da-dam. Wurde es weiter runterhalten. Laufen ist anstrengend. Wirklich? Ich bin sehr überanstrengend. Schau mal, Taiso. An der kann man viel besser laufen. Jawoll. Ich schweife aus den letzten Lachen. Ich bin eine faule Franzose. In jedem Krieg renne ich schweige davon. Doch bei einem Bettlauf werde ich ganz schlapp. Was ist nur mit mir los? Ich glaube, Taiso gewinnt. Ja, ich gewinne mit meinem schwachen Herz, du Pfeife. Siehst du nicht, wie ich sterbe? Taiso hat gewonnen. Ach, ich bin tatsächlich durch die Ziellinie. Taiso! Taiso, transformieren! Du bist toll! Okay, danke. Bis bald. Okay, bis bald. Abschied. Halt mal. Du musst echt tief an. Und so fühlt man sich überhaupt nichts. Ich tue den später. Das war schön. Ja, ich finde auch, aber ich bin auch sehr traurig. Die Franzosen sind schon lange weg. Oh, ich bin das Mädchen. Oh, ich bin sehr traurig. Tocin, was ist mit dir? Bin ich Tocin? Ja. Oh, heute war so ein schöner Tag. Ich sag wirklich, dass ihr traurig seid. Aber ich bin traurig. Nein, eigentlich sagt sie, heute war ein schöner Tag. Ich bin traurig. Warum kann ich nicht fühlen? Ich fühle mich verantwortlich für den Tod von Jesse. Wer ist Jesse? Das musst du nicht wissen. Niemand muss das wissen. Schwurbe. Auf zum Plateau-Mobil. Ich mag dich immer. Egal was ist. Etwas ist es zwischen meinen Beinen, was mich immer wieder zu dir ziehen kann. Ich bin ganz nass. Ich dich auch. Riech mal. Riech mal. Nein. Ich mag es nicht. So riecht deine Frau. Ich mag nicht, wie du riechst. So riecht deine Frau. Ah, endlich. Jetzt ist die Sechszene. Das wird metaphorisch durch einen Strudel dargestellt. Der Künstler geht hier sehr künstlerisch. Mit dem Setz um. Au, au. Ich hätte es wissen müssen. Ich hätte es wissen müssen. Ich hätte es wissen müssen. Ich habe nicht aufhören gesagt. Aua. Wo ist eigentlich die Lehrerin von mir? Keine Ahnung. Okay. Guten Morgen, liebe Schüler. Ich möchte euch einen neuen Mitschiller vorstellen. Ich bin Tutschen. Damit sind drei. Tutschen von Tutschen. Setz zu kommen. Die beste Zukunft. Die beste Zukunft. Wie war das? In den Steinzeichen? In den Steinzeichen. Du kommst aus der Steinzeichen. Dich aus der Zukunft. Trotzdem mögen wir uns. Breakdance. Tutschen. Du bist sehr schön. Ich weiß. Würdest du mit mir ausgehen? Ja. Lass uns zusammen sein. Ich liebe dich. Naja, da hast du mal Kind zu schreien. Du kennst dich da überhaupt nicht. Halt die. Du gibst mir Geld wie mir Schuhe. Ja, ich darf so schön. Ich hätte hier eine Weltraumkleidung für dich. Die ist immer modisch. Egal wo du bist. Oh, sehr gut. Die Weltraumkleidung betont meine Affen. Ich kenne übrigens fast jede mögliche Zukunft. Und immer sind wir zusammen. Vertrau mir. Glaub es mir einfach. Na, glaub es mir. Los. Glaub es mir. Okay, ich glaube es dir. Lass mich dein Companion sein. Gut. Oh, das klingt aber romantisch. Mit deinem ganzen Multiversum, dem ganzen Shit. Und so ein Stimmäzen wie ich. Ich glaube auch, dass wir in der Fußgänger zusammen sein werden. In allen möglichen Realitäten. Entschuldigung, ich suche den Spotplatz. Der ist am Ende der Straße und jetzt verpisst dich. Ich mach den gerade. Scheiß, ich glaube, was für alles. Raus aus unserem Land. Der ist scheiß, ey. Jetzt die scheiß, Franzosen. Äh, wie heißt du, Ben? Ben. Darf ich dir noch etwas bringen? Wo sind wir eigentlich? In einem Café? Ein großes Stück Kuchen wäre nett. Ein Stück Kuchen will er haben. Dürfte ich sie da bitte an die Bege tippen? Toll, dass ihr euch versteht. Äh, äh, äh. Ne, 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 ne. Und zwecks mal. Äh, für du? Toll, dass ihr euch versteht. Eine schöne Musik. Welches Pokémon bist du? Du kannst so viele Dinge tun im Krankenhaus. Organspende, Jesse, Herz, wird für Tojin gespendet, weil man das festlegen kann in der Welt von Tojin. Ach, Jesse hat Tojin das Herz gespendet. Wer ist Jesse? Ja, der am Anfang gestorben ist, im Teil 1. Deswegen fühlt Tojin sich verantwortlich für den Tod, weil der ein Herz bekommen hat von Jesse. Aber was für wichtig ist, es regnet. Ken? Mein Kopf! Er steckt mit einer Tüne fest. Er ist so ein Pikmin-Geist, oder? Äh, also doch! Eine andere Zukunft! Ich glaube, es ist das Richtige. Wenn wir es nicht versuchen, haben wir schon verloren. Wir sollten unser Bestes geben. Hier bleiben bedeutet für uns, dass wir nicht woanders sein werden. Ich glaub es klingelt. Ich kann's kaum machen! Ist das einfach das Ende von Todschön Eis? Ich glaube nicht. Man kann hoffen, dass es in kleine Millionen mal verkauft wird. Ich hoffe auch. Und was meinst, ist das eine Fortsetzungsgeschichte oder? Ganz ehrlich, das ist eine Verzeltungsgeschichte. Ja, ja. Erklär mir mal bitte. Der Jesse? Ist das der Typ von der Kron? Der Jesus-Typ? Warte mal, am Anfang stirbt ein Typ. Wer ist das? Jesse. Aber ich... Warte mal kurz. Der Jesse ist... Tocin bekommt das Herz, weil Tocin braucht das? Weil Tocin braucht das. Aber das ist doch ein Krankenhaus. Ja, das stimmt sowieso. Und deswegen bringt Tocin, weil er das Herz braucht, den Organspenderausweis nicht. Aber der ist doch ein Elien. Der bringt den um mit Giraffenschock. Ja, genau. Holt ihn nach draußen, obwohl der im Krankenhaus bleibt und bringt ihn so um, damit er das Herz hat. Lässt ihn mitten im Winter in Sommerklamotten rumrennen? Ja. Ja, ne? Das weiß man am Anfang halt noch nicht. Aber am Ende weiß man das darf. Am Anfang Tocin, das ist so ein netter Typ, der will einfach nur das Elien, das Herz bekommt, aber in Wirklichkeit will das selber haben. Die guckt auch so. Aber ist nicht Tocin ein Alien? Ja, stimmt. Das ist auf dem Psycho. Ach so, man muss direkt das Elienherz von Jesse haben. Und wer sind die anderen beiden Elien? Aber Jesse ist doch noch der Elien. Das sind die, die das Brötchen steuern. Nein, Tocin ist noch der Elien. Das sind die, die immer noch ein Stück dran. Aber wer ist dann Taiso? Und warum brauchen die einen? Taiso ist der Sportler. Der ist halt auch nicht da. Der mit den roten Haaren. Der hat den Charakter, dass er rote Haare hat. Moment. Wo ist denn hier unsere Pizza? Das ist schon halb lang. Ja, ich weiß nicht. Die haben wir echt nicht mehr bestellt. Ich werde die ganze Nacht wachlegen, weil ich es nicht verstanden habe. Wenn du das erste Mal Memento guckst, dann halt wirklich. Ne, ich gar nicht. Memento rafft man aber beim ersten Mal gucken. Ja, eben. Ja, das schon. Das Problem ist, dass hier alles schwarz-weiß ist. Nein, du überlegst halt bei Memento am Ende, was nur richtig ist. Ja, immerhin am Ende. Es ist ja ambivalent. Und ich blick halt gar nicht durch. Hier sind wir nur und denkt sich, hä? Dann ist es halt wirklich wie in The Empire. Also, Kai Heinrich ist halt der David Lynch des Anime-Anime-Comic. Ich bin keinem Shit, halt. Ende.